Ich esse schon ganze Zeit Chips. Ich muss jetzt ein bisschen chillen. Okay. Girl Dinner! Girl Dinner! Gute Nacht Joyce. Mose der. Girl Dinner! Die sind so lecker, aber die sind scharf. Okay, ich komm nicht dran egal. Der ist mal ein Schluck Jana, ey. Manchmal denke ich, der ist abgelaufen, aber das liegt glaube ich an den Takis. Abgelaufene Jana getrunken. Help me. Girl Dinner! Auf jeden Fall habe ich mir so Dappeln gekauft, mit so einer Mandel drin und so mit heißen Schokolade überzogen. Ich kann eigentlich jetzt nicht mehr essen, weil ich bin richtig voll, aber ich will das jetzt mal probieren. Mit euch zusammen! So, Kiko. Süß sind sogar einzeln verpackt. Girl Dinner! Ich muss irgendwie niesen, hatte er? Ne, doch nicht. Bisschen lang. Mh. 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 Ne, ne, ne. Was ist nicht was? Immerhin glutenfrei. Mh. 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 Bis zum nächsten Mal.